Aloha Freunde der wunderschönen Videospieleunterhaltung, herzlich willkommen, hier ist mal wieder euer EvilKnievel. Nicht zu einem Let's Play oder anderen Programm, sondern heute geht es um ein paar kleine Themen, die ich mal wieder ansprechen will. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele Leute wieder erscheinen, ja, das machst du schon so oft, äh, bringt nichts mehr, äh, deabonniere ich, ich gucke denen nicht mehr zu. Ähm, ja, dieses Video ist ein kleiner Aufruf an die restlichen Abonnenten von mir. Es gibt einige Leute, die immer noch mich anschauen und, äh, mal kurze Zeiten mal auf meinen Kanal gucken. Und das ist schon in Ordnung. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt nach drei Jahren, glaube ich nach drei Jahren, äh, etwa 614 Abonnenten erreicht. Jetzt möchte ich euch einen kleinen Tipp geben. In diesem Video möchte ich euch meinen ganz alten Kanal mal vorstellen. Den gibt es leider nicht mehr, aber, ähm, vielleicht kennt ihr noch einen YouTube-Kanal namens Der Panzerfahrer. Ja, diesen Kanal hatte ich vor etwa 6 Jahren eröffnet und habe mit ihm, naja, noch gar nichts wirklich gemacht. Ähm, ich habe da manchmal ein paar Favoriten gemacht. Anfang 2009 oder Mitte 2009 war ich 16 und bin angefangen mit der, äh, sagen wir mal so Playthrough-Szene. Die Playthrough-Szene war ein, joa, ganz kritischer Erfolg, sagen wir mal so. Also, es war ein kleiner Erfolg, aber es war, naja, der Kanal Der Panzerfahrer fing an, mich ein bisschen zu nerven. Aber bevor wir das machen, sage ich euch erstmal, was ich so gemacht habe. Ähm, mein erstes Let's Play war, lasst mich gerade mal überlegen, Call of Duty 4. Ja, Call of Duty 4 war mein erstes, naja, nicht Let's Play, sondern ein erstes Projekt, was ich gemacht habe. Ähm, damit habe ich insgesamt nach etwa 2 Wochen insgesamt 20.000 Aufrufe gemacht. Insgesamt von allen 65 Parts, äh, 25, 30 Parts. Das sind etwa pro Video um die 500, 600 Aufrufe. War in Ordnung. War ich zufrieden. So, als nächstes kam Avatar, darauf folgte Resident Evil 5, Sniper Elite, nein, nicht Sniper Elite, sondern Sniper Ghost Warrior 1. Das war ein Let's Play von mir. Und Cane in Stock Days. Waren alles Let's Plays von mir, also die beiden letzten Spiele. Ähm, ja. Ja, dann bin ich leider in eine Falle geraten von einem Abonnentenschwindler, der mir erzählte, ja, ich habe so und so viele Abonnenten in so und so viele Stunden bekommen. Ja, mit dieser Schiene bin ich leider, ähm, in die Falle geraten. Ähm, ja, danach bin ich in diese Schiene reingefallen und bin dann halt, äh, in die Falle geraten. Und hatte mittlerweile 40.000 Abonnenten. Nach zwei Stunden. So, ja, das war halt einfach eine Abonnentenfalle. Ähm, das sind alles Abonnenten, die aus Amerika, England, etc. kommen. Und auch wenn ich ein Projekt aufgenommen habe mit, sagen wir mal so, ähm, paar Aufrufen. Und mittlerweile hatte ich dann nach ein, zwei Tagen nur 15 Aufrufe. War nicht viel. Also, was brachte mir noch der Kanal? Da habe ich mir überlegt, den Evil Knievel TV Kanal, der mittlerweile ja über Google Plus BeyondTheBorders.de heißt, ähm, geöffnet. Und habe dann die Let's Player Schiene erreicht. Im Oktober 2010 habe ich dann den, äh, Kanal der Panzerfahrer verlassen. Und bin dann auf Evil Knievel angefangen. Mit dem Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light. Und, ähm, ich werde jetzt mal hier ein Bild einblenden. Wenn ihr seht, ähm, wie viele Aufrufe ich insgesamt oder, ja, insgesamt mit den ersten beiden Parts habe. Werdet ihr sehen. Und das ist drei Jahre alt, das Let's Play. Dann folgte das Let's Play Together Left 4 Dead 1, glaube ich. Ja, ich denke schon. Left 4 Dead 1. Mit Massive 0, Stadtfuchs und Jugga. JuggaNautix habe ich über das Let's Play von ihm, Avatar, glaube ich, ja, habe ich ihn kennengelernt. Und er war ein super netter, äh, YouTuber. Wir sind natürlich jetzt noch Kollegen. Wir sind auch gute Freunde geworden. Mittlerweile. Ähm, ich habe auch gerne mit ihm Left 4 Dead 1 und 2 gespielt. Und habe dann Left 4 Dead 1 gemacht. War auch, ähm, ein, na, negativer Erfolg. Danach folgte Call of Duty 4. Ja, 100%, womit ich insgesamt, glaube ich, mit allen Parts 60.000 Aufrufe jetzt insgesamt gemacht habe. Ist nicht viel, bin ich zufrieden mit. Ähm, das ist derzeit mein bestes Let's Play auf meinem Evil Knebel TV Kanal. Danach folgte Resident Evil 4 auch 100%. Das waren die erfolgreichsten Let's Plays. Ähm, ja, danach kam Left 4 Dead 2. Äh, Resident Evil 5 kam auch. Auch, dann kamen etliche Let's Plays wie, äh, Sniper, Ghost Warrior, äh, Avatar. Ich habe diese Projekte alle abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr dazu hatte. Ähm, denn es brachte nichts. In den Jahren habe ich leider nicht dieses Ziel erreicht. Mein Ziel war es eigentlich bis heute um die 1.000, 2.000, 3.000 Abonnenten zu haben. Aber nein, ich habe diese Szene und diese Schiene nicht erreicht. Und, äh, das kam auch wahrscheinlich so, weil ich einer war. Wenn mir das Projekt selber nicht gefallen hat, habe ich es sofort aufgegeben. So ist das leider. Ähm, ja. Ich habe durch meine Projekte, die ich immer gemacht habe und auch immer abgebrochen habe, habe ich so viele Abonnenten verloren. Das war schon ein herber Schlag voll in die Fresse, sagen wir mal so. Ähm, um die 300, 400 Abonnenten habe ich durch diese Sache verloren. Ähm, wenn man das jetzt zusammenzählt, wie viele Leute mir nämlich deabonniert haben, habe ich wahrscheinlich so um die, äh, 400 in den letzten drei Jahren verloren. Ich hätte schon meine 1.000 Abonnenten. Aber leider gab es diese Situation mit dem Abbrechen der Projekte. Ähm, ja. Jetzt kennt ihr meine ganzen Situationen. Und mittlerweile habe ich ja meinen Kanal in den Community-Kanal, die BeyondTheBorders.de umgestaltet. Ähm, dort sind derzeit mit mir aktiv Christopher, Sam und Markus. Jeweils TheGoodOfCurity, 500Spider und Homie. Ähm, ja. Ich bin mit dieser Community-Reihe eingetreten vor ein halbes Jahr, glaube ich. Oder ja, ich glaube Anfang 2013 habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen. Und mittlerweile hat es sich nicht, äh, weiter ausgebreitet. Die Projekte wie Assassin's Creed und, äh, Borderlands 2 together mit den Dreien oder mit den Vieren ist leider nicht erfolgreich. Ich wollte eigentlich die Einnahmen, die ich erreiche mit, ähm, meinem Partnerkanal, äh, mit meinem Partner DiviMove. Aber leider ist nichts draus geworden. Und, ähm, ja. Die Einnahmen, die ich jetzt habe, sagen wir mal so 4 bis 5 Euro, äh, 5 Euro, die kann ich nicht so 5 bis 6, äh, ähm, Mal, also, ich kann ihn nicht durch 6 teilen. Ich bin hier noch im Hintergrund noch an tippseln. Und, ähm, ja. Ich hatte 2000, ich glaube Ende 2010, Anfang 2011, bin ich einmal auf die Szene der Gameplayer, äh, hochgegangen. Und hatte dort eine kleine Sache, hab euch ein bisschen verarscht. Das war auch nicht gut, Leute. Das fand ich auch wirklich, äh, derbes gemein von mir, euch zu verarschen. Also, wenn natürlich noch Leute da sind, dann schreibt mal bitte in den Kommentaren, wenn die bis hier jetzt hing, das, äh, Video geschaut haben. Respekt, Leute. Ähm, ich werde extra die Bewertungen ausschalten, sondern nur die Kommentare. Und ich möchte halt einfach nur sehen, Leute, wer von euch noch aktiv ist. Und, ähm, wenn ihr natürlich ihr noch alle aktiv seid, dann möchte ich mit euch alles machen. Ähm, ich werde wahrscheinlich wieder mal die Let's-Player-Szene, äh, verlassen. Denn es bringt nichts mit, äh, der Let's-Player-Szene weiterzumachen. Ich werde in die Szene der, äh, Review-Commentaries-Gameplay-Szene einsteigen. Und wir natürlich mit euch da draußen die Projekte machen. Also, Leute. Ab heute bin ich nicht mehr zu euch so, dass ihr immer mich anfragt, ja, dürfen wir was zusammen machen? Hm, Leute, ja, ich mache jetzt mit euch was zusammen. Weil so komme ich nur noch weiter. Wenn ich mit euch zusammen die Projekte aufnehme, dann komme ich auch weiter. Aber ich werde jetzt erstmal in Zukunft keine Let's-Plays mehr machen. Ähm, ja, wenn ich zu Hause bin, hier bei meinem Schreibtisch, bin ich immer in den Gedanken am rum, äh, experimentieren. Und habe mich schon in die Jahre, äh, einverarbeitet, wie es weitergeht mit meinem Kanal. Dass ich vielleicht noch erfolgreicher werde. Oder, ähm, ich überhaupt noch weiterkomme. Denn wenn jetzt, wenn ich jetzt wieder anfange, einen neuen Kanal zu machen, dann wird das wieder nichts. Die, äh, die Szene der YouTuber, Let's Player, ähm, ist durch die ganzen vielen großen YouTubern ein bisschen in den, ja, ins Schimmeln gekommen, ins Verrotten. Denn es gibt, ähm, die besten Let's Player, wie Gron, Sarazar und, ähm, wie die alle nur heißen. Dann gibt's noch die, äh, 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 größten Commentator, wie Ello Tricks, Commander Krieger, Anna Serial, I Love Cookies, um diesen Trip. Dann sogar die neue, ähm, ähm, das neue Programm auf YouTube. Also, das heißt Pink Panther. War Time Dignity, also Tino von Pink Panther, ähm, hat diese Szene erreicht. Zum Beispiel dieses hatte ich noch nie als Idee vor mir, das mal zu machen. Nee, ich hatte nie im Leben dieses mal, äh, überlegt zu machen. Weil wenn ich jetzt wieder in die Gameplay-Szene eintrete, bringt es nichts. Der beste Gameplayer, den ich jemals hatte, den kenne ich. Das ist zum Beispiel Deluxe 345. Das ist Gungeon. Er ist ein englischer und deutscher, äh, Spieler, macht aber größtenteils, äh, englische Gameplays und hat seine Abonnenten, die er erreicht hat. Joa, bin ich froh. Also, Leute, ihr könnt da draußen mich ruhig anschreiben. Ich werde offen bleiben. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ihr wirklich noch für mich da seid. Und, ähm, wie lange ihr mir schon anschaut. Ob wir ganz neu sind, wie ihr mich einschätzt, ob ich diese Situation wirklich noch gemessen, äh, angemessen finde. Oder, äh, dass ich als Gameplayer und als, ähm, halt einfach als YouTuber noch zähle für euch. Oder, ob ich überhaupt noch ein Let's Player sein könnte in eurem Augen. Weil, was bringt mir das noch? Was könnt ihr mir dazu als Tipps, äh, Tipp geben? Ich werde, äh, jetzt ein paar Leute noch anschreiben, die ich noch hier habe. Zum Beispiel die Rocker Girl, mit der ich vor, äh, ein, zwei Wochen Kontakt aufgenommen habe. Ähm, wir wollten eigentlich Stalker aufnehmen komplett. Aber, äh, die Motivation ist auch nicht mehr so wirklich da. Denn es bringt halt nichts. Ich gebe mir Mühe. Ich mache mir Mühe. Ich, äh, verbringe zwei, äh, Stunden am Tag manchmal zu Hause und nehme, äh, YouTube-Videos auf. Und jetzt noch eine Sache. Ihr hört es ja auch. Ich habe mich verändert. Ähm, wenn ich jetzt das Let's Play von Lara Croft and the Guardian of Light mir ansehe, dann sehe ich, dass dort ein Evil-Kniebel ist, der noch total aufgeregt, unmotiviert, unlustig und natürlich auch noch grammatikalisch nicht in der Lage ist, mal ein paar Sätze zu sagen. Wow. Das war mal richtig geil jetzt, was ich gesagt habe. Wirklich, Leute. Ich war da noch nicht in der Lage, grammatikalisch, da war der, äh, der, ähm, lecker wieder, grammatikalisch irgendwelche Sätze, Wörter, äh, Buchstaben, Zahlen in die richtige Reihenfolge gebracht zu bekommen. Nein, das ging nicht. Heute bin ich froh, dass ich so geworden bin. Ich bin ja sicherer geworden, denn man soll nicht, äh, von PC-Sitzen aufnehmen und, äh, einen auf, ähm, unsicher machen, sondern man muss halt einfach Kreativität zeigen. Die Kreativität war früher gar nicht mein Pfeil. Pfeil, ähm, Fall. Ähm, ich wollte leider nicht in dieses, äh, tiefe Loch der Let's Player Szene reinfallen. Oh, das war ein Löffel. Ähm, ich habe eigentlich angefangen mit Let's Plays, um halt einfach auch mal herauszufinden, ob ich die Kraft dazu habe und natürlich auch die grammatikalische, äh, Version oder grammatikalische, ähm, Weise habe, ein Let's Player zu werden. Das fehlt mir leider. Denn ich kenne leider nicht die genaue Unterhaltung der, äh, YouTuber heute. Denn das Ziel ist, wenn man ein Let's Player sein möchte, braucht man eine perfekte Unterhaltung. Man braucht ein perfektes Headset, ohne Rauschen, ohne alles. Ähm, hier, die Störgeräusche im Hintergrund, wie Autos oder, äh, ähm, zum Beispiel diese permanenten, äh, äh, Unterbrechungen, wenn ich hier immer jemand hier an der Tür klopft oder so. Ihr merkt das ja, dass ich immer mal, äh, kurz unterbreche. Ich, äh, überspringe diese Szene dann. Und manchmal bekommt ihr dann immer das kurz mit. Das mag ich halt einfach nicht. Denn ich habe einfach hier in diesem Haus keine, mein Gott, keine, äh, 15 Minuten oder Stunde mal, äh, Zeit, um in Ruhe und alleine aufzunehmen. Deswegen bin ich ja auch angefangen mit den Together-Videos. Wenn ihr natürlich, äh, in die Let's Plays von Left 4 Dead mal zurückdenkt, in irgendeinem Part gibt es die Situation, da habe ich aufgenommen, auf einmal knallt hinter mir die Tür auf und dann brüllt mein Bruder da rein, äh, was ist das hier so scheiße heißt im Raum? Zum Beispiel das meine ich. Deswegen habe ich mich jetzt hier in diesen Raum wieder zurückgezogen, wo ich abschließen kann. Ich höre hier manchmal klopfen, dann muss ich kurz, äh, auf, äh, hören aufzunehmen. So, dann, bababababam, sage ich, ja, äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit und, ähm, meine, äh, Eltern oder so, sagen wir mal so, meine ganze Familie da rumzukriegen, dass ich ein Let's Player bin. Das war so eine starke Hürde, denn ich teile mich, beziehungsweise ich teile mein Internet ja unten, weil das Internet gehört meiner Mutter. Und, ähm, deswegen gab es halt immer diese Situation, dass ich, ähm, dieses Internet, beziehungsweise ich konnte ja immer nicht so oft hochladen. Zum Beispiel gab es manchmal so Situationen, wo ich ein, zwei Wochen nicht hochladen konnte, weil ich immer, wenn ich zu Hause bin, mein Bruder da ist und wenn mein Bruder da ist und er das Internet benutzen möchte, darf ich nicht hochladen. Denn wir haben nur eine 16.000er Leitung und wenn man 16.000er Leitung hat, lädt man nur mit 160 Kilobits pro, äh, Sekunde hoch bei einem 700, 800 MB großes Video. Also es dauert mal so um die zwei Stunden, deswegen habe ich mir immer die Zeit genommen, um 0 Uhr aufzunehmen, aber manchmal bin ich sowas von müde, da gehe ich ab ins Bett und penne und, äh, überlege mir immer, hm, wann lädst du endlich mal ein Video hoch? So ist das einfach, ne? Also ich hatte mir schon überall, äh, Gedanken gemacht, wie ich den Kanal jetzt gestalte, ähm, wer natürlich bis jetzt durchgehalten hat, Respekt, Leute, Respekt. Denn du, der das Video jetzt bis hierhin geguckt hat, ist ein wahrer Abonnent und ich glaube an dir, dass du dir das Video jetzt noch weiter anguckst, denn ich weiß ja nicht, wie lange ich das Video jetzt noch aufnehmen kann, weil es gibt noch so viele Themen, die ich besprechen kann. Also wie gesagt, also ich habe sehr wenig Zeit gehabt immer. Dann kam noch die Schule dazwischen. Ich habe mittlerweile jetzt in diesem Moment den Realschulabschluss geschafft, deswegen bin ich auch so sicher geworden. Ähm, Übungen. Ich habe mich manchmal mit Leuten unterhalten, die es gar nicht gibt, damit ich überhaupt sicherer werde, ja. Ich bin ein ganz, ganz anderer Mensch wie ihr. Ihr könnt euch vorm Spiegel stellen, mit einem Spiegelbild quasseln. Ich habe immer meine imaginären Freunde hier sitzen und unterhalte mich mit denen. Das hört sich jetzt komisch an, aber ist so. Ähm, ich habe mir alles, was ich jemals hier eingesetzt habe auf YouTube, habe ich mir das alles selber beigebracht. Es gab so viele Lücken in meiner, äh, grammatikalen Aussprache, dass ich manchmal so am Verzweifeln war. Ich habe mal ein Projekt aufgenommen, da wollte ich den ersten oder zweiten Part aufnehmen und jedes Mal habe ich mich am Anfang oder Ende des Parts verhaspelt und habe mich so davon aufgeregt. Ja, so ist das immer. So war das. Ja, Leute, so ist das immer. Und, ähm, alles, was ich mir jetzt, äh, so denke, werde ich auch wahrscheinlich durchziehen. Also, ich kann halt nichts mehr sagen. Und, ähm, die meisten Störgeräusche nochmal kommen ja manchmal von draußen, von Autofahren, ne, habe ich ja gesagt. Oder viele Leute hören ja das. Das ist Trinken. Und das ist nicht verboten. Aber es gab auch schon Leute, die halt sich immer aufgeregt haben, warum ich immer trinke beim Spielen. Ich brauche auch Flüssigkeit im Körper. Aber ich halte jetzt schon hier die, äh, 20 Minuten Predigt. Und bin noch nicht irgendwie zum Entschluss gekommen. Das Video kann auch 30 Minuten lang werden. Hauptsache, ich kann mit euch das jetzt mal auch irgendwann mal besprechen. Ähm, ja. Vielleicht gibt es auch jemanden, der, äh, mir ein TS geben könnte. Damit ich mich vielleicht mal da reinsetzen kann. Oder, äh, ihr kennt wahrscheinlich Raidcall. Kennt einer von euch Raidcall? Da werde ich wahrscheinlich auch mal eine Instanz machen. Und dort könnte man sich vielleicht mal, äh, zu viert oder zu fünft mal hinsetzen, um halt einfach mal so eine, äh, Konferenz zu machen. Also, das, so ist das. Ich habe sogar auf meinem Kanal meine Skype-Eddie öffentlich gegeben. Aber niemand editiert mich aus YouTube. Nur die Rocker-Geld. Die hat mich jetzt, äh, mal, ähm, ausdrängsweise ge-edit. Ihr braucht einfach keine Angst mehr haben vor mir. Ich bin halt einfach kein Mensch, der sich zurückzieht. So, mittlerweile sind die 20 Minuten voll. Und, ähm, ja. Also Leute, meldet euch bei mir. Ihr könnt euch einfach offen bei mir melden. Egal, ob euer, äh, Alter 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50 ist. Ihr dürft euch alle melden. Denn, ähm, auch die kleineren YouTuber müssen mal Chance kriegen. Ich bin auch noch ein kleiner YouTuber. Aber, ähm, ich hatte sogar auch schon einen kleinen Aufruf, dass mich irgendein Kanal mal erhört. Under Serial oder Commander Krieger. Aber jeder Kanal, jeder Kanal interessiert es nicht, dass es kleine YouTuber gibt. Denn wenn ich in die Szene von, äh, Gronkh oder so reinkommen würde, theoretisch, dann werde ich wahrscheinlich viel größer. Ja, also was ich jetzt zukünftig machen werde, ähm, ich werde jetzt mal schauen, Gameplays aufnehmen. Und ich denke, dass ich dann vielleicht etwas mehr, ähm, YouTuber bekomme, die mich angucken. So, Leute, Respekt an den YouTuber, der, oder an den Zuschauer, der bis hier durchgehalten hat. Wow, du hast 21 Minuten durchgehalten. Und, ähm, mittlerweile ist das Video jetzt schon 21 Minuten und 26 Minuten lang. Ähm, ich habe so eine lange Predigt jetzt gehalten. Jetzt ist auch wirklich Schluss. Denn ich möchte keine 30 Minuten jetzt hier gesessen haben. Ähm, und gelabert haben. Also, Leute. Schreibt einfach in den Kommentaren, wie ihr jetzt die Situation hier, äh, mit mir teilen könnt. Ob das gut ist, ob ich, äh, so weiterbleiben soll. Weil, Let's Plays, was bringt das noch? Ich sitze mich stundenlang hier hin, nehme auf und für nichts. Nichts. Ne. Also, Leute. Ähm, Respekt. Ich melde mich jetzt hier ab. Ich werde dieses Video jetzt rendern und mal gucken, wann es hochkommt. Weil, vielleicht ist es jetzt mittlerweile schon oben. Kann ja auch schon sein. Ähm, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und, ähm, jo. Hals und Beinbruch. Haut rein, YouTube. Und, tschüss.